Für die Liebe umziehen? Das kommt für Doreen Steinert nicht mehr in Frage. Die 38-jährige Sängerin erklärte gegenüber Promiflash, dass sie für keinen Partner mehr ihre Wohnung aufgeben würde. Ich würde meine Wohnung weder für einen Mann noch für eine Frau aufgeben, betonte sie. In der Vergangenheit zog Doreen dreimal für einen Mann um. Doch damit sei jetzt endgültig Schluss. Eine gemeinsame Wohnung zu beziehen, schließt sie nicht aus. Aber ihre Wohnung würde sie nicht mehr aufgeben. Bekannt wurde Doreen Steinert durch ihre frühere Beziehung mit Rapper Sido. Vor zwei Jahren outete sie sich live im Fernsehen als bisexuell. Sie äußerte damals, dass Frauen ihr komplizierter Vorkommen als Männer. Auch jetzt hält sie an dieser Meinung fest. Ich finde, dass Frauen wesentlich anstrengender sind, erklärte sie. Wenn sie vom Typ her ist wie ich, würden wir ja gar nicht mehr aus dem Bad herauskommen. Trotzdem macht sie beim Thema Liebe keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Ich könnte mir ein Leben nicht vorstellen, in dem ich nur einen Mann oder nur eine Frau hätte. Ich würde mir immer die Freiheit lassen wollen, beides haben zu können, gestand sie offen. Für sie ist jeder Partner in Ordnung, solange sie ihre eigenen vier Wände behalten kann. Gegenüber RTL verriet sie, welcher Typ Mensch sie besonders beeindruckt. Ich stand schon immer auf Nerds, gab sie zu. Am wichtigsten ist ihr jedoch, dass ihr Partner sie einfach so liebt, wie sie ist.